25 Jahre alt ist, wurde als die dominierende Läuferin der 90er bezeichnet. Und dann war sie noch ganz unter dem Eindruck dieses Rennens offenbar, als sie die Anlaufbahn von Kofia Mauerbra im Weitsprung kreuzte. Ja, da schreit man, pass auf, aber sie weiß nicht, wohin sie hingucken soll. Oh, das sah böse aus. Kofia Mauerbra am Anlauf zu seinem vierten Versuch, aber ich kann Sie beruhigen, liebe Zuschauer, beide sind wohl auf. Der deutsche Weitspringer setzte seinen Wettbewerb fort und auch Gabriela Sabo.